Herzlich Willkommen! Das seht ihr auf meinem Kanal. Viele Urlaubsvideos, Sonne, Sand und Meer. Aber auch einmal das Urlaubshotel von innen, wie hier das Mediterraneo von Mallorca. Ihr seht auch Ausflüge, die im Urlaub gemacht werden, wie hier nach Kofite und zur Villa Winter. Natürlich sind auch Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Deutschland zu sehen. Ein paar Reitervideos und einige technische Filme sind auch dabei. Zur besseren Orientierung sind die Videos in Playlists aufgeteilt. Der Hauptteil besteht aber aus Urlaub, Ausflügen und Sehenswürdigkeiten. Schaut euch die Videos einmal an!